Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die ehemaligen Agenten von Overwatch Hier ist Winston Wer auch sonst Vor 30 Jahren begann der Aufstand der Omnix Die Nationen der Welt sahen keinen Ausweg Bis sie sich an eine kleine Gruppe von Helden wandten Overwatch wurde ins Leben gerufen Um die Menschheit aus der Omnix-Krise zu befreien Für sie wurden wir zu nie dagewesenen Champions des Friedens und Fortschritts Ihr wurdet gerufen, weil ihr Kräfte und Fähigkeiten besitzt, die euch zu... Ihr kamt, weil ihr... Warum erzähle ich euch das? Okay... Die Menschen dachten, dass sie besser ohne uns dran wären Sie schimpften uns Kriminelle Sie entzweiten sogar unsere Familie Aber seht euch um! Jemand muss etwas tun! Wir müssen etwas tun! Wir können wieder etwas bewirken Die Welt versinkt im Chaos Und braucht Helden Seid ihr dabei? Sooo Und wieder herzlich willkommen bei Overwatch Diesmal mit dabei ist Terminator Hi Hi Wieso braucht eigentlich jeder, der sagt Hi? Ich kapier das nicht Wir mach... Ja, das ist so Wir machen eine Runde Team Deathmatch Ja, und das ist neu Frisch installiert worden Heute Ja gut Wir warten Okay, Match gefunden Wir warten Ah ne 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 Ich... Dritte Ich dachte, es wäre nur auf die französische Map Ob ich auch gelöst Ob ich auch gelöst Im Schloss von Davide Da wird er rassiert mit Weil du hast ja einen Schweizer genommen Ah! Äh, hier lebt Ich habe das... Ich habe das blaue reinbohrnen Da hat sie Entfernen was sie hinterlegt So viele Totteln unterwegs. Oh mein Gott. What? Okay, ne, ich wechse. Bleiben wir uns in Schale! Wiii! Ach, sie weg. Reckill. Wo willst du? Da. Tracer! 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 Komm her, Tracer! Erlaubt die Tracer! Du hast die Tracer hinten? Ja, hinten hinten hinten! Nein, endlich! Oben, oben! Überleg! Über uns! Hier! Oh! Und der unten auch. Ja! Nein! Ah! Wurdeut! Nein, man kann die rechtlich vorne jetzt. Scheiße, hätte gedacht, das funktioniert. Schnell weg, schnell weg, schnell weg! Die wollen Ärger haben, ganz ehrlich. Entschuldige. Wenn einfach die Jungs zu sterben. Sehr. Lecker. Ähm. Zehn! Hallo! Sind wir kurz leck mich im Arsch. Ja! He! 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 Fast jeder von den Charaktern kontert mich. He! 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 Das muss es sein! He! He! Also es gibt ja keinen Sporn, den ich schlöpft. Ich hasse den Genji. Ich bin nochmal tot. Was ich verdammt habe? Ich habe gerade wieder gemeldet. WIE HÄÄÄÄÄÄÄÄH!? What the fuck? Hä? Wie hab ich ihn nicht gebildet? Achtung hinter uns! Und bin tot. Und nicht. Ich habe eine Zarya, Zarya. Ich habe einen Aim wieder gefunden. Chaos, ich stifte Chaos. Immer Chaos durchstiften, das ist immer gut. Ah ja, Rotor kann jetzt laufen, während sie sich halt. Ach, haben sie es eigentlich gemacht? Haben sie es eigentlich gemacht? Haben sie die ganzen Veränderungen, was ich gesagt habe, haben sie es reingetan, oder wie? Ja, haben sie es gemacht. Ich habe den Größen absaubert hier jetzt. Sagen. Ich habe Genji einmal im Fuß getroffen, nur so gekillt. Wir haben Reinhard. Ja, warte, du warst. Ja, du, Junker. Ich weiß nicht, der ist voll, der ist mitten da rein, ist so. Wie findest du eigentlich Junker-Towns? Weiß nicht, ich hab's gar nicht gespielt. Ich bin einfach dazugekommen. Der ist mitten, ich weiß nicht, der Genji ist, wo... ...und dann komm jetzt, ob ich so geklacht ist. Okay. Irgendwie ist der Druck. Wir haben schon, das kommt hier noch auf. Ah, scheiße. Ach Gott, das regt dich schon wieder auf, hey. Wo? Alter, kurz. Ah, haben wir ja den. Schon viel besser. Und ich war da. Heute bist drei ausgeliehen. Ah, fuck. Äh, sorry. Okay, hab ich 14. Oh, ne? Ich hab 14 von den 20 Kills gekriegt. Also mitgemacht. Also mitgemacht. Also mitgemacht. Ich hab 13. Perf, Saka. Wirklich geschafft. Perf, Saka. 5 Goldmedaillen. Ach, du gibst mir. Ich geb die, okay. Ja. Und der Gegner gibt's zum anderen Genji. Wahrscheinlich dachte, das wär ja. Ich hab 14 Kills, 5000 Schaden, 1000 Heilung, 13 Final Blows und 6 Solo Kills. Einen Solo Kill. Sechs davon. Wahrscheinlich, weil ich Tracer so durch mal raketet und einfach draufpusten. Eee, schon laut. Jawohl. Oh nein. Du triffst die Tracer mit ner raketet und dann so. Hinterrennen und dann noch. Fuss und so. Stirb jetzt. Oh Gott, was ist nessie. Oh no. Hold on. Liere they're not shown. Hey, der Mauer hat nicht dran. Hi. Oh nein. ein besserer hand ist so man die frau ich treffe ich was ich hab den ersten kind bekommen wir haben auch die amt oder man kann ihn sehen ich wechselte ja ist ja ja und nein ein schluss mit heilung her da war das das ist schön mit dem sonar von vorn das ist klein mit dem sonar geschossen ist ab den die den kauf das ist schon der mccreep der mccreeper mccr 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 mcbc ja mccr 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 wo sind die follow me da sind die da sind die habt ihr gefunden ja dank mir ich bin tot die unten wenig ja wir haben jetzt auch ein jonquetsch die sonne herkomme wie findest wenn ich die neue ränkte das ist noch zwei monaten geht oder ja auch noch dass man jetzt mehr skill orientiert und nicht ihm passiert eingewenkt wird weniger booster und besserer wenn man einen schlechten team hat ist doch gut so aber es ist schwer zu machen weil manche viele haben dann wirklich gute spiele und wirklich schlechte tage kacke und wir beide wieder mal ja komisch to get the forever hi 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 oh das war geil am ende auch noch ich weiß auf eine kristall auf den auf der medaille kristall ich habe ich noch gekillt und umschluss ja schick mit selbstgegner für dich warum wir es immer als team treiben ich habe meine lootbox können wir liegen und schon wieder habe ich gold medaillen 5 gold medaillen ich hatte 20 kills 20 mitgemacht alles ich habe es gold okay vergisst ich habe etwas sehr dunkel ist ich habe sprays und es ist so interessant sobald ein event vorbei ist bekommen dann noch sprays genau ich habe so zwei legendäre im event bekommen und das war es dann durch nur blau auch auf pc das ist aber keine ahnung das ist scheiße weil wir könnten suchen wir könnten suchen ich musste auch warten was für uns geht es gut aus das tankensteins cricket vogelschwebe ich kenne wohl nicht der name ist ja remy lacroix oder bin ich jetzt wieder falsch eine amelie lacroix da würde ich nur sagen machen wir wieder schluss für das video oder ja gut machen wir schluss ok und das war es auch wieder mit zwei kleinen runden deathmatch mit dabei war natürlich terminator und ich hoffe ihr hattet spaß und wir machen wieder schluss also dann wir hören uns bis zum nächsten mal bye-bye